Willkommen zurück! Ich versuche mich durch die Zombie Apokalypse zu bohlen und ihr seid dabei! Weiter gehts! Wir werden auf das gleiche Level. Gibt es hier keine unterschiedlichen bohlinge Halt? Naja egal. Wenn sich hier nachher... Ach, scheiße. Ich bin übrigens sehr großer Zombie Fan. Ich mag... Oh, ich mag Serimo. Dead. Aber neuer Favorit ist Death Valley. Die Sendung ist echt geil. Wenn der kranke Scheiße mögt, würdet ihr das lieben. Hä? Zombie, Zombie... Äh, hätte hätten sie... Oh geil! So, dann kriegt ihr einen schönen Salatkopf zum bohlen. So, dann kriegt ihr einen schönen Salatkopf zum bohlen. So, dann macht er jetzt wenig reißig hier. Die würde ich gerne nochmal erstmal ausprobieren. Das ist Glück, wie ich meinte können. So, dann... So... So... Ah, fast! Wie cool, das ist echt, Arsi! Oh Gott, er kann nicht mit dir herdrehen, er wird abressen, wie schlecht, wie schlecht, sehr Ja, er versucht immer zwanghaft die Puppe noch hinten auf die Gegner zu schneiden, naja, gell So, oh nicht, was ist das da eigentlich Oh Gott, der große Oh, ich dachte, er hat mir was in, nein, egal Oh Gott, so, ich denke, mit Puppels ist das lustig, was haben wir da Oh Gott, nein, nein, hier nehmen wir den Klassiker Am besten wäre, wenn man hier noch Sachen kombinieren könnte, also das schmale Ding, also den Abschmähler mit Kreissägen Oh, der ist ja richtig, gut, hehehe So, okay, jetzt haben wir gutes zum Kontern Genau, Monisch kommt immer gut so, gut Halt, rein, klein, klein, klein! Halt, rein, klein, 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 klein.. Nein, das bringt ja eigentlich gar nichts, wenn man die Kugel ziemlich gerade auf die Gegner schleudert Da kommt man die Rante, die würde man schon mehr schreiten, was das ist? Egal, hoffentlich habe ich schon mal einen Latsch mit dem Gegner Uff, das ist schon wieder So So, warte ich mal einen Gegner aus, Elektroschock Aber 30 ist besser Ich möchte mal was schießen Oh, neee Das ist ja total Oh, hell, ah, sieh die Kugel da Na ja Ja, das ist ja schon wieder Das ist ja schon wieder Na ja Wiederholen, schlupi Tanz Night Fieber, Night Fieber Na ja, das ist ja schon wieder Na ja, das ist ja so großartig, dass hier schon ein Metal Soundtrack ist, weil im Hauptunivers war ja ziemlich schön Gitarrengeschredder Na ja, da ist ja schon wieder Ja Na ja Ja Viel Glück, ja Das ist egal, die Kugel Die wäre jetzt richtig geil, wenn ich die hätte Die Kuh ist wieder elektrisch zu, die Idioten Dann nehmen wir wieder elektrisch zu, das effektivste Will ich sogar noch einen erwischt, der Typ? Wow, der ist eine ernsthafte Betrugung für mich Ich denke, das ist der Typ Wird die Spezialfähigkeiten angeht, ziemlich krottig Sehr, sehr krottig Oh, damit Bescheinst du mich aber richtig So Ich halte jetzt noch geradeaus draus Oh, da reiche ich noch ziemlich viel mehr damit So, der wird durch Die Ladgruppe ist immer gut Beheh Naja Ich hätte gerne Möglichkeit mit dem Ding zu reisen Aber, was macht ihr jetzt hier so daneben? Hier hätte man bestimmt eine schwierige Reiche Ja, wir können jetzt nicht so recht sein Na ja, das war wirklich geil, das war für euch Oh Gott Oh Gott Er ist in der Greiche in der Mitte geil Richtig passend Richtig Richtig Hey, woher Da bin ich mal neugierig, was ist das? Der hat schon verloren Er hat schon verloren Der hat nämlich jetzt noch ernsthaft die Chance Oh, jetzt kommt das nächste Level Ich hatte nämlich jetzt schon überlegt, wenn da jetzt nichts anderes kommt, aufzunehmen Aber wenn das nächste Level kommt, spiele ich dann noch und dann habe ich dann auch Also, danke für den Zuschauen, bis zur nächsten Runde, VOLORAMA